Musik Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial für die Leute, die eine IP bzw. die IP und das Passwort von meinem Server gekriegt haben. Es gibt manche Leute, die finden den Server nicht. Den kann man in-game eigentlich auch nicht finden und auch nicht so über den DayZ-Commander oder den Six Launcher. Ich empfehle euch allgemein, den DayZ-Commander, den ihr hier seht, zu benutzen. Der ist ganz einfach zu kriegen. Ihr geht einfach auf die Internetseite www.dayz-commander.com so wie es da oben auch schon angeboten wurde und kommt dann auf diese Seite hier. Da klickt ihr einfach auf Download, werdet dann nach unten verwiesen und hier habt ihr Get DayZ-Commander oder DayZ-Commander, wie auch immer. Nur zu empfehlen, eigentlich das Beste, was ihr haben könnt, sondern habt ihr hier euren DayZ-Commander, DayZ-Commander, wie auch immer. Hier könnt ihr raufklicken und könnt dann die neueste Version nehmen. Mein Server läuft jetzt nicht in der neuesten Version. Hier schon, da nicht. Und halt hier noch die ganzen anderen Maps, die man spielen kann, benutzen. Ansonsten, was könnt ihr noch? Genau, dann, um den Server zu finden, also standardmäßig Seite hier. Hier könnt ihr meine IP eingeben. Ihr werdet meinen Server nicht geben. finden. Hier könnt ihr auch hell eingeben. Also ihr werdet den Server nicht finden. Ach da, wartet. So, AnyMod. Wenn ihr hier hell eingibt, solltet ihr theoretisch meinen Server hier schon finden. Das ist der ganze, da sind gerade drei Spieler drauf. Aber ihr könnt auch ganz einfach auf Favorites gehen und gebt dann die zu eurer IP besagten, äh, zu eurem Namen besagten IP den Server. Was erzähle ich denn hier? Ich habe euch ja eine Nachricht geschickt. Da steht die IP drin und das Passwort und sonstiges. Und da gebt ihr dann einfach die IP ein. Der sollte dann diesen Server automatisch finden. Wenn ihr ihn nicht findet, wie gesagt, einfach auf Server gehen und hier einmal hell eingeben. Dabei auch sicherstellen, dass das Ganze hier auf AnyMod, AnyTimeofDay und alles sowas ist. Alles auf Standard. Und, äh, dann solltet ihr diesen Server hier eigentlich finden. Und damit hoffe ich, ist die Frage dann auch geklärt. Äh, wir sehen uns hoffentlich im nächsten, äh, DayZ-Video, beziehungsweise im Crysis 2 Let's Play. Ich denke mal, da werden jetzt auch dann längere Folgen vom Crysis 2 Let's Play zumindest rauskommen. Ja, ansonsten noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ähm, ich werde gleich mal die Playlists aktualisieren. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.